Ladies and Gentlemen, rüssig-pupsig ist am Start und heute gibt es mal wieder eine Jäger-Hunter-Folge, denn ich habe hier drei YouTuber, die versuchen werden, mich zu jagen. Aber die Challenge wird heute crazy sein, denn wir werden heute zufällige Autos bekommen, mit denen, die mich jagen, beziehungsweise mit dem Auto, wo ich wegkommen muss. Bekomme ich die Jäger, bekommen sie gesplittet, jeder 500 Euro einzeln, komme ich weg, bekomme ich von jedem einzeln 500 Euro. Leute, ob ich es schaffe oder nicht, lasst einen Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Die YouTuber sind heute Stadisloof. Stadis ist mit dabei. Ich wollte schon sagen, wo ist denn bitte dein Schwimmreifen? Er ist auch hier, Bro. Dann haben wir Max. Was genau? Und wir haben Amir. Ich sehe dich nicht, du. Ich drehe auf dich drauf, unter meinen Schuh. Okay, okay. Leute, heute haben wir eine dicke Challenge. Ihr seht, es sind keine Autos vorhanden, denn wir werden heute den Zufall, ja, das ganze Glück überlassen. Will jemand von euch freiwillig als erstes sein Glück auf die Probe stellen? Ja. Okay, lassen wir es dann ja einfach. Du darfst jetzt fünf Autos spawnen und eins davon. Oh mein Gott. Okay. Bro, das erste ist okay. Es ist nicht ultra krass, aber es ist okay. Es sieht schon gut aus. Du darfst, oh mein Gott. Nein. Du hast sogar Boost, oder? Bro, du weißt, was das für ein Auto ist. Ich weiß, was das ist. Endlich für dich. Oh mein Gott. Okay, das ist ein Rocket Auto. Oh. Oh mein Gott. Oh, sorry. Dürfte ich das Auto upgraden? Ja, darfst du. Ach, du heilige. Darfst du, Bro, darfst du. Du darfst nicht mehr spawnen. Und noch einer. Und noch einer. Fünf Stück. Fünf Stück. Heute Hardcore. Also entweder du nimmst wirklich das Zombie-Apokalypse-Auto. Aber wir machen es so, damit es fair ist. Aber wenn ich das upgrade, Bro, könnte es sein, dass ich keinen Jump-Funktion kriege. Ja, wir machen es auch, damit es fair ist, nur einmal upgraden. Also du darfst nicht irgendwie, wenn du jumpst, klickst, klickst du jumpst. Aber du kannst auch Rambock bekommen. Bro, ich glaube, wir müssen das Rocket Auto, oder? Aber Bro, kann er sich dann entscheiden, wenn wir die anderen Autos gespawnt haben, können wir nicht das Auto gespawnt? Nein, 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 nein. Ich glaube, wir müssen auch Save Rocket gehen. Also ich nehme Save Rocket Auto, weil das ist safe. Das ist safe. Da habe ich Save Rocket. Ja, das ist Antrieb, schnell. Aber wir hätten eigentlich auch Spaß, jetzt einmal upgraden sollen, um zu gucken. Aber ist egal, nicht schlimm. Okay, das heißt, erstes Auto. Okay, es wird heute schwer sein. Aber das Ding ist, ein Rocket Boost kann auch dich, sag ich mal, hops nehmen, wenn du falsch boostest. Aber okay, der Nächste würde ich einfach sagen, komm, Armin, fünf Stück. Komm, bitte jetzt nicht. Okay, zählt nicht. Flugzeug ist natürlich raus. Audi TT, aber der sieht nicht schlecht aus. Der ist gut, der kleine Flitzer. Okay, gut zu wissen. Oh, Porsche. Oh, Jungs, was habt ihr für Autos, ey. Hey, Bro, heute wird es schwerer. Deutschland Edition? Okay, Deutschland. Okay, okay, okay. Das ist ein russisches Auto. Nee. Okay, letztes, Jungs. Also ich sage dir ehrlich, der Audi oder Porsche? Ich würde, ich glaube, der Audi. Okay, aber ich sage euch ehrlich, trotzdem sehr schwere Autos. Okay, Max, du bist der Nächste. Oh mein Gott. Ich hoffe, stark, sehr gut. Ey, was ist das, Max? Ja. Nein, der ist nicht so gut, der ist nicht so gut. Hä, ist der nicht gut? Der geht so. Aber Motorola bringt nichts. Sie haben keine Waffen. Das ist eigentlich trash für euch. Boah, Max hat nur Mühe bisher. Oh, ja. Ja, komm, unten drunter weghauen. Okay, ich sage dir eins wollen. Ich werde den, äh, Formula 1 fahren. Okay, das ist... Und ich sage euch, ich hatte das ja selbst letztes Mal bei Russland gehabt, so flache Autos können ganz eklig sein. Ja. Die siehst du gefühlt mir nicht gut. Ja, vor allem, aber ich muss jetzt abhauen und deswegen, Leute, guck mir, was... Bro, das Ding ist jetzt, wenn ich kein gutes Auto bekomme, habe ich schon verloren, Leute. Leute, drückt mit die Daumen. Okay, Jungs, jetzt kommen meine fünf Autos und zwar die Nummer A. Oh, warte mal. Ein Upgrade aber nur, ne? Oh. Aber warte, 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 ey. Erst wenn du dich dafür entscheidest, auf das Upgraden. Erst wenn du dich dafür entscheidest. Ja, 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 ich mache noch gar nichts. Du mache noch gar nichts. Ich, oh. Okay. Okay. Bro, das ist ein Sportwagen. Boah, das ist voll geil aus. Sieht geil aus. Fährt sich auch nicht schlecht, aber ihr habt trotzdem sehr starke Autos. Okay, krass. Drei. Drei. Nee, das sind nicht. Alter. Vier ist hier so ein Rangy und letzte wäre... Okay, das ist halt... Nimm das Motorrad. Aber an sich für mich ein Motorrad wäre... Nee, das ist... Ja, aber wenn ich einmal wische, wenn du einmal irgendwie fährst, bist du vorbei. Also, ich sage euch so, entweder nehme ich den Rolls Royce oder Zombie-Apokalypsen-Fahrzeug. Das Problem ist... Bro, wenn du schlau bist, nimmst du das Apokalypsen-Fahrzeug. Okay, Jungs, ich sage euch ehrlich, seid ihr bereit? Ich darf mich einmal upgraden. Bitte, 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 bitte. Okay, und... Oh mein Gott, der Jump hat noch klein. Mein Mini-Jump, Jungs. Aber der könnte helfen, der könnte helfen. Aber das Ding ist, ich habe wenigstens so einen Rambok, womit ich euch wegrammen kann. Aber die Waffe darfst du nicht benutzen. Oh, aber Rambok ist hart. Okay, ich sage euch ehrlich, mal gucken, ob ihr mich überhaupt kaputt bekommt. Ich werde jetzt erstmal wegfahren. Ihr dürft mich einmal toggeln. Also jeder von euch nur einmal. Ich würde sagen, ich verlust und ich muss clever meinen Mini-Jump einsetzen. Let's go, Leute. In einer Minute geht's los. Leute, wir haben ein gigantisches Problem. Wir haben nur so einen Mini-Jumper. Aber so einen Mini-Jumper kann natürlich uns auch schon etwas bringen, Leute. Wenn ich zum Beispiel... Ja, das ist halt leider nicht so nice. Und ich habe ein krasses Auto. Das heißt, sie werden Schwierigkeiten haben, das Auto zu zerstören. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier mache, aber... Okay, okay, ich bin jetzt hier drauf gelandet. Genau für sowas, meine ich, ist es nicht schlecht, weil sie werden mich crashen. Ich werde langsam sein, aber ich kann zum Beispiel auf der Autobahn safe durch diesen Mini-Jumper zum Beispiel sowas machen. Ich fahre hier lang und dann wechsle ich die Spur. Das geht halt, ne? Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, Leute. Und das ist vielleicht echt meine Strategie, erst mal Autobahn zu bleiben und hin und her zu springen, weil dann habe ich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wegzukommen. Jungs, wie geht's euch? Gut, gut, gut. Guck mal, das Ding ist, soll ich mal nachschauen, was für eine Panzerung ich bekommen habe? Ja. Ich weiß es selber nämlich nicht, weil desto höher die Panzerung, desto schwerer ist, mich kaputt zu machen. Vielleicht hatte ich da Glück. Und zwar, meine Panzerung ist bei 40%. Oh, ich kriege mich nie im Leben kaputt. Ja, Jungs, ihr dürft, aber damit es fair ist, ihr dürft heute eure Autos reparieren und so, also wenn ich euch kaputt mache, zählt es nicht, weil, bro, ich habe Run-Buggy, alles drum und dran, so. Also ihr dürft mich crashen ohne ein schlechtes Gewissen, aber... Die Frage ist aber, wie lange Zeit haben wir dafür, um nicht zu holen? 20 Minuten, mit einem 1-Minute-Abzug, Zeit lang, ihr dürft schon los, ihr dürft schon los, Jungs, ne? Okay, weil wir sind schon längst los, wir sind schon los. Ne, wir sind doch gar nicht los, wir sind doch gar nicht los. Ne, ne, wir sind doch gar nicht los. Ne, 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 wir sind doch gar nicht los. Wollt ihr schon sagen, wer als erstes getoggelt hat, oder...? Nö, sagen wir das natürlich nicht. Okay. Okay, ach so, ihr togelt nach gar nicht. Ja, Jungs, ich mal bitte dazu, ich möchte euch hören. Okay, okay, viel Spaß. So, Leute, wir müssen auf jeden Fall auf die Autobahn. Die Autobahn ist mein Way to go. Ich muss rausfinden, wer als erstes mich getoggelt hat und ich muss rausfinden, wie ich den am besten dann trigger. Ich kann auf jeden Fall die gut verteidigung schießen, darf ich leider nicht. Das ist zu OP sonst, aber erstes Ding ist, sehe ich schon einen übelst guten Fluchtweg. Und zwar, oh, der ist der Erste. Oh, der ist schon der Erste. Moin. Wo bist du denn? Moin. Wo ist der Jani? So, er kommt mir über die dich. Moin, Moin, Juxi, konnte du nur Hallo sagen. Okay, ich bin erstmal runtergejumpt. Das seht ihr, dieser kleine Jump, das kann man auf jeden Fall gut einsetzen. Ich muss einfach den nur schlau, mit dem schlau spielen. So, die müssten erstmal hier runterkommen. Und ich kann einfach hierhin, dann fahr ich hier lang und ich seh sie gar nicht. Jungs, ich bin weg. Ich bin weg. Oh, wir haben nicht verloren, das war's. Okay, ich bin weg. Okay, nice, GG. Hä, Jungs? Armin, Armin ist der Togler. Okay, jetzt wissen wir, glaube ich, dass Armin der Togler ist. Ich seh sie nicht. Ich seh sie einfach nicht. Hä? Äh, Jungs? Wo seid ihr? Oh, ich seh einen, ich seh einen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Moin, Stani. Was geht? Wie bist du denn? Ich hab kein Blatt, wo er ist. Da ist, Jungs. Das ist doch schon super. Ich stand jetzt genau neben mir, aber auf der falschen Etage, sag ich mal so. Oh, da ist einer. Er ist so nervig. Er ist runtergejumpt. Er ist wieder runtergejumpt. Okay, Jungs. Wir werden jetzt schön mit denen spielen. Schön mit denen spielen. Das ist echt ein guter Move mit diesen Jumps. Jungs, dieser kleine Jump, ich werde den so auslösen. Ja, mach mal. Okay. Ich kann nicht... Warte, ich fahr ja frontal drauf zu. Weil wenn der mir entgegenkommt, schleude ich den weg. Jungs, wo bin ich? Hier, andere Seite her. Ich werfe sogar mein Auto. Jungs, damit ihr mich besser seht, werde ich jetzt mein Auto sogar rot färben. Weil irgendwie keine Challenge bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wo wir sein. Bro, du hast den Jump-Funktion, wir haben alle flache Autos. Was willst du? Das heißt, ja, Jungs. Moin. Er ist hochgefahren hier. Ja, 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 ja. Und weg die E-E-E-L-A-L-A-L-A-L-A. Life is life. L-L-L-A-L-A-L-A. Jungs, wo bin ich denn jetzt? Ich bin bei ihm, ich bin bei ihm. Oh mein Gott, ich wollte die wegnehmen. Okay, okay. Wir müssen jetzt schlau spielen, Leute. Die haben echt Schwierigkeiten. Ähm, ich glaube, die werden mich gar nicht bekommen. Ich habe echt Glück gehabt mit dem Spawn, muss ich ehrlich sagen. ist auf jeden fall schnell als ich getroffen natürlich bekommen ich sag sogar so Ihr dürft mich alle togeln Alle togeln, alles ist okay Versuch mich einfach nur kaputt zu bekommen Rammt mich, schlagt mich Und macht mich einfach kaputt Ihr dürft mich togeln Oh, das wäre auch voll okay, wenn wir dich nur einmal togeln dürften Mit dem Ding Das ist ja unzerstörbar, das Auto Ich weiß nicht Ich habe mich selber gedamaged, muss ich sagen Ich muss dir sagen, ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit nur Ramm Ich weiß es nicht Ich glaube Von vorne kann man den auch gar nicht rammen Jungs, ich habe halt einfach ein gutes Auto gespawnt Jungs, ich sage mal so, wenn ihr Schwierigkeiten bekommt Dürft ihr irgendwann mal, jeder von euch Aber das kommen wir später Erstmal macht mich ein bisschen kaputt, Jungs, weil sonst könnt ihr mich kaputt schießen Ich wusste doch, ich habe doch gesagt Das Zombie-App-Gripsen-Auto holen sollen Ja Okay Er ist gerannt, er ist gerannt, Bro, er ist gut gerannt Alter, meine Tür ist weg Oh, oh Okay, Leute, wir müssen lieber abhauen Leute, ich sage mal so Ich glaube, mein Auto macht jetzt schon komische Geräusche Oh, das ist sehr gut Also zum Thema kaputt machen Ich glaube, es geht doch schneller kaputt, als man gedacht hat Das ist sehr, sehr gut Leute, wir müssen weg Wir müssen hier weg Wir müssen hier ganz schnell weg Ich bin hängen geblieben Nein Ich bin hier in einen Heck reingefahren Äh, Max, hey Die schönen kleinen Ich hab hier so ein paar Probleme gerade mit meinem kleinen Flipperino gemacht So, weg mit dir So, weg mit dir Mein Auto hält es doch nicht so lange aus, wie ich gehofft habe Wir müssen doch jetzt sehr aufpassen Verdammt, verdammt, verdammt Oh, das wird doch knapper als gedacht, Leute Ich will dir nicht Geld zahlen Aber hört ihr diese komischen Geräusche? Das ist gar nicht gut Das ist wirklich gar nicht gut Oh, oh Wir müssen gut fahren Wir müssen gut fahren Oh, 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 oh Nein, Alter Hab ich dich hops genommen? Oh, oh, oh Ich bin leider gerade eben gecrashed auf meinem Auto Und ich hab einmal rein im Vehikel draufgedrückt Äh, was hast du willkommen? Äh, einen Kallinen Ja, okay, hey, Bro Okay, danke Wieso ist es OP, du hast? Nein, 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 nein Okay, viel Spaß Auf Weg, Junge Oh, Jungs Jungs, mein Auto ist noch kaputter als gedacht Ich sag euch so, wie es ist Mein Auto Oh Jungs, mein Auto ist echt Hört sich nicht gesund an, Jungs Ich hab Angst ein bisschen Ich hab ehrlich die ganze Zeit Angst gerade Na, das ist sehr gut Also es hört sich echt Meine Tür ist weg Es ist auch besser, dass du Angst hast Und es hört sich echt nicht gesund an Was hier gerade ist mit dem Auto Oh, nein Oha, was ist das denn? Wow, was ist das denn? Das ist doch viel zu Ah, mir ist schon auch da Bro, das ist irgendwie viel zu OP, das Ding Bro, was Ey Also ich Bro, das ist viel zu OP Hey, ich hab dich gefragt Bro, was ist das für ein Auto? Das ist Tausend besser als irgendein TT Jungs, also ich sag euch Ja, das ist mein Problem Ich sag Digga, Stand ist weg Nein Stand ist weg Nein, ich bin drüber Alter, also ich sag so Armin hat auf jeden Fall einen kleinen Cheat aktiviert Aber ich versuche noch wegzukommen Nö, 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 nö Oh Gott, wo häng ich hier? Digga, kein Kein Cheat Digga, guck mal, wie schnell dein Auto ist so viel Stahl Bro Was soll das? Ich hab Randy Beagle gemacht, was will ich dafür? Du musst doch eigentlich die TT Audi TT holen Ich dachte Rolls-Royce, normale Rolls-Royce, okay Ja, Kallinen, ist doch ein Kallinen Ja, aber es ist ein Offroad Super Edition Kallinen Ja, wusste ich nicht Ja, wie, du wusstest es nicht? Guck ihn dir an Ich war auch ab, Alter Ey, das Guck mal, wie schnell der ist Das ist doch voll OP Digga, was ist das? Bro, was ist das? So eine große Klappe Ja, Bro Okay, Stand in Tschüss Ey, Bro, ey Booster-Auto bringt gar nichts, Bro Nein Kannst du lieber das Auto von Unsern Hacker Armin bewerten? Tschüss, Alter Ich kriege auch gleich und dann habe ich plötzlich ein Jet, Alter Ich bin, ey So, thank you for the Ich hab viel mehr weiß mit dir Ja, und? Keine E-Taukel Oh, Jungs, wer ist explodiert? Ich nicht Ich auch nicht Hä? Ich hab Explosion gehört Ach, da vorne ist er Oh mein Gott Hab ihn hier Hab ihn hier, hab ihn hier, hab ihn hier, Jungs Nein, ich zieh, ich zieh, ich zieh Das war's Nein, ich schau wieder da Weg mit dem, Jungs Oh, mein Auto ist echt am Zweifeln, Jungs Hey, Digga, das ist doch so Okay, Jungs, ich sag euch ehrlich Das Auto hält nicht mehr lange durch Vor allem wenn Digga, was war das denn gerade? Ich bin einfach über dich drüber gechumpt Oh nein, ich bin wieder runter Ey, Armin, dein Auto regt mich schon auf Was geht? Bro, kannst du mal weggehen? Bro, dein Auto ist viel zu OP Ich bin auch hier Dein Auto ist viel zu OP Guck mal, äh, 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 äh Bro, das ist viel zu OP Bro, hol dein Audi wieder Was soll ich dagegen machen? Ey, das ist aber ein Audi Alter, wir müssen sofort umsteigen Steigen sofort in den Audi ein, Alter Das kann doch nicht sein, Alter Jetzt Jetzt gehörst du uns, Junge Bro, er sagt irgendwas von gecrashed, gecrashed Gott sei Dank bin ich hier lang gefahren Ich hab quasi unabsichtlich den Rolls-Royce-Culidon ausgeschaltet Boah, aber Oh, nein, 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 nein Stark, Max, stark, 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 stark Nein, 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 nein So, doch, das war gut Ich bin unten, ich bin unten, ich bin unten Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut Er jumpt drüber Bei Armin, bei Armin Ja, ist der hier Er jumpt wieder vor Ort Oh, wichtig Wichtig Ey, mein Auto ist echt Bro, Gott, das kann doch bein' Rolls-Royce-Culidon Er fühlt sich, weil er jumpen kann So peinlich Er sagt, was so peinlich hat mit Rolls-Royce Oh, nice Oh, und umgedreht Sehr gut Oh, oh Er ist auf Kopf, er ist auf Kopf Lass ihn so Ja, lass ihn auf Kopf, lass ihn auf Kopf Nein, er wird jetzt wieder Oh, oh, ich muss weg hier Ich muss irgendwie wegkommen Oh, oh Er wird jumpen, Marco Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm Jungs, ich hab auch nur Mini-Jump, Jungs Mini, Mini, Mini Mini, Mini, Mini Ich sag euch ehrlich Mein Auto hält nicht mehr lange durch Aber ich muss auch nicht mehr viel durchhalten Die letzten, ich glaub fünf Minuten laufen Er ist oben Oh, ach du, er ist auf der Autobahn Ja, alles gut, ich bin und ich bin und ich bin und ich bin und ich bin auch da Bin auch da Wow Sehr gut, sehr gut Okay, 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 Jungs Ich sag euch, ja, ich meine, man muss wohl auch Oh, nein, wegen dir kann ich nicht Oh 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 Sizzling Sizzling Oh Ah Jawohl, einer weniger, einer weniger Wo ist er? Einer weniger Er ist immer noch nie auf der Autobahn Oh Ja, er jumpt jetzt eh wieder runter Oh, mein Auto rauf Mein Auto qualmt, mein Auto qualmt Sehr gut, sein Auto qualmt Oh Er muss nicht mehr viele Unfälle bauen Oh 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 mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, Jungs Die letzten Minuten laufen Mein Auto qualmt, Jungs Ich sag euch, es ist echt nicht mehr viel Bis ich explodiere Oh oh Er fällt dir hoch? Oh oh Ja, ich seh's Ich seh's, Bro Jungs, ich muss mit euch spielen Machst du bist zu Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Ich muss mit euch spielen Er ist in der Autobahn, ist deine Autobahn da noch? Er ist auf der Autobahn noch? Jungs, Autobahn bin ich so ein bisschen safe Weil, ich sag euch ehrlich Ja, du hast nichts drauf Mein Auto hat echt nicht mehr viel Leben Wie, ich hab nichts drauf Alles gut Du bist ja, also das war, ich glaub ich, der schlechteste Hunter, die ich gesehen hab Ja, okay, der schlechteste Hunter Oh, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, ich hab ihn hier, ich hab ihn hier Oh oh Tschüss Was hast du? Oh oh Ich steck fest Ich steck fest Ja Oh oh Ich steck fest, Jungs Ich steck oben fest Sehr gut, sehr gut Sehr gut, sehr gut Sehr gut, sehr gut Oh 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 Äh, Jungs, ich kann das erklären Äh Tani muss hoch und hin runter schubsen Jungs, ich glaube, das sieht nicht gut aus, klar Aber die letzten Hey Jungs, solange ich hier hänge Oh oh Moin Stani, was geht's? Stani schubs ihn runter Oh, das ist immer auf die falsche Seite geschubst Oh oh, 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 das hat Oh, 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 oh Der hat Platz, glaub ich Oh, nee, ich hab Platten Nee, ich hab Platten, Jungs, ich hab so einen Nagel dran Komm, 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 komm Er hält nicht mehr lang durch Oh Ja, er, er, sehr gut Tschüss, Jungs, ich schieb bisschen auf der anderen Seite Noch auf eurer Seite Jungs, doch Warte, ich geh rüber Ich geh rüber Ich bleib aber so, dann könnt ihr mir gar nichts machen Warte, ich schieb ihn rüber Ich balancier Max, bist du ready? Ich balancier Ich balancier, Jungs Ich bin zu niedrig, ich bin zu niedrig Und boom So slow Hey, Jungs, ich bin so kurz zum explodieren Ich sag euch so, wie es Oh oh Und seit Oh oh jungs die letzten zwei wir haben jungs ich sag ich die letzten minütchen laufen aber es ist echt knapp davor die einzige möglichkeit hier zu überleben ist ich habe ihn hier haben wir auch hinter ihm was macht ihr gerade nimmt den vollen die kleppe das war's jungs ich kann mir komplett aber ich habe noch ein bisschen er kann mein auto jungs 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 das war nie so gemacht oder jungs wie lange habe ich ich sage euch ehrlich ich weiß nicht ob ich sie geschafft habe oder nicht foto ich will hier ein foto für nicht das muss hier eingeblendet sein lasst auf jeden fall leider wir werden raus für mit dem foto für nicht gewonnen hat abonnieren nicht vergessen check die jungs ab und das war echt crazy ciao Ciao!